Könnt ihr mich jetzt hier raus operieren? Servus und moin moin ihr Lieben, heute teste ich mal One Size Fits All an drei unterschiedlichen Körpern. Ich habe dazu gerade im amerikanischen Raum schon ein paar Videos gesehen und ich finde es immer mega spannend. Ich frage mich immer, wie kann das sein, dass eine Einheitsgröße wirklich allen möglichen Körpertypen passt? Und deswegen habe ich mir gedacht, ich teste das jetzt einfach mal selber aus. Dann erst ein Aufwind, Leute. Bitteschön. Bitteschön. Da-da! Und was ist dein erster Gedanke, Jelly? Wunderschöne Farbe. Ja, ich bin gespannt. Ich finde Crop Tops weird. Also ich habe die ganze Zeit bedürft, dass meine Pose hochzieht. Ja, ich auch. Und das auch runter runter. Ich hätte nicht gedacht, dass ich reinpasse. Also ich hätte gedacht, das würde nicht rüber gehen. Aber das ist stretchy. Das sah aus wie ein Kindershirt irgendwie. Ich darf hier die Arme nicht heben, weil dann sieht man den BH. Ich habe mich auch schon mal wohler gefühlt. Ja, das haben wir alle gleich. Das ist auf jeden Fall ein gutes Crop Top. Hätten sie gerne länger machen können. Aber ich habe mich auf jeden Fall total gewundert, dass ich überhaupt reinpasse. Als ich es auf der Stange gesehen habe, dachte ich so, never. Ich dachte, das sitzt hier. Oder beziehungsweise ich würde meine Arme nicht mehr reinkriegen. Aber tatsächlich sitzt das hier. Das ist kein Problem. Wäre es länger, könnte ich das echt tatsächlich im Alltag tragen. So ist es so ein bisschen grenzwertig. Ja, sagt mir auch nichts so. Drei, zwei, eins. Okay, also ich finde Jenny, dass die bei dir einfach ein bisschen zu groß aussieht. Echt? Ja. Ich glaube, die gehört so ein bisschen locker. Aber wenn ich sie halt bei Jules sehe, finde ich es halt perfekt von mir. Perfekt? Echt? Ja. Dass sie eng sitzt. Ja. Die sieht auf jeden Fall zu groß aus. Ja. Ich habe nämlich vorher gedacht, das geht eigentlich gut. Ja. Sitzt eigentlich okay. Aber wenn ich jetzt den Vergleich sehe, dann, das finde ich, sitzen sie halt am besten bei Jules. Ja. The magic of one size, ne? Genau. The magic of one size. Shalom. Shalom. Also ich mag das Outfit an mir. An dir sieht es echt schön aus. Mir gefällt es an euch beiden echt gut. Ja? Ja. Ich finde, dir steht es auch super. Ja? Ja. Bei dir auch. Aber hier, das geht gar nicht. Das mag ich an diesen Hosen gar nicht. Also ich mag es zum Beispiel nicht, aber interessant. Ich finde, euch steht das total gut. Die Hose würde ich nicht tragen. Ich finde den Stoff echt nervig und kratzig. Der Rest des Körpers, außer die Arme, ist es halt okay. Es ist halt sehr luftig. Aber ich finde, an den Armen steht es halt besonders, weil einfach, sie sind halt schwer. Und deswegen zieht es halt immer mit runter, finde ich. Sagen wir so, ich bin krass überrascht, dass ich überhaupt reingepasst habe. Also, als ich es an der Stange gesehen habe, hätte ich gedacht, so, no way. Das wird niemals sitzen. Aber ich bin reingekommen. Also rein physikalisch. Ich weiß nicht, wie das möglich ist. Aber scheinbar irgendwie magisch. Aber sie sitzt auch echt bequem. Also sie sitzt echt chillig. Ich fühle mich irgendwie jetzt recht sexy in dem Outfit. Ich weiß auch nicht, warum. Bin ich ein bisschen blöd? Ich würde sagen, von der Größe passt es. Könnt ihr mich jetzt hier raus operieren? Ich muss jetzt noch mal kurz sagen, wie du dich fühlst. Gemobbt. Von dieser Fashion-Firma. Du fühlst dich gemobbt? Von der Fashion-Firma. Dass die das als One-Size anbieten, das geht einfach nicht. Für mich ist es zu kurz. Auf jeden Fall. Und für mich ist es zu knapp. Ja, das stimmt. Deswegen habe ich es auch nur über die Schulter. Für mir geht es zwar drüber, aber wie gesagt, ich verstehe das nicht. Es ist so kurz. Ich habe jetzt eine Hose drunter, jetzt geht es. Aber vorhin hat man mir wirklich meinen Hintern gesehen, sobald ich mich irgendwie bewegt habe. Das ist ein Badekleid, Leute. Warum würde man denn so ein Badekleid tragen? Ich kriege schon nervöse Flächen. Wenn ich jetzt schwimmen gehen würde, würde ich auf jeden Fall was drunter tragen müssen. Warum muss ich dann überhaupt was drüber tragen? Ist es damit ich was verdecke? Keine Ahnung. Aber dann finde ich das ziemlich unförmig dafür. Es sitzt okay und es fühlt sich jetzt nicht unangenehm an oder so. Aber ich würde es halt nie, nie benutzen. Never. Ja, weißt du, Martin hat gerade gesagt, das würde doch Leute tragen, die jemanden überzeugen wollen. Was sagt ihr, Leute? Schreibt es in die Kommentare. Wer von euch trägt ein Schwimmkleid? Also ich finde den cool an dir. Danke. Ja, mir gefällt der auch tatsächlich. Das ist so ein Feinkort. Normalerweise mag ich Kort nicht so, aber das ist so Babykort. Ja. Ach, nennt man wirklich so? Kann man auch so nennen, ja. Und irgendwie finde ich den ganz süß und die Farbe ist auch voll modern. Also ich fühle mich gar nicht so schlecht. Und ich habe hier auch ein paar Komplimente abgesahnt von dir und Tommy und Martin. Und deswegen fühle ich mich natürlich richtig wohl deshalb. Findest du den zu lang? Ein bisschen. Obwohl, wenn du hohe Schuhe trägst, könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich finde den nicht zu lang. Ich mag das ganz gern, dass der so lang ist. Der ist Maxi. Das ist Maxi. Es ist für alle gedacht. Eben. One size four. Wobei zu wäre bei mir halt auch Weltuntergang, ne? Nein, das fand ich cool bei dir. Zu? Bei mir sieht es aus wie ein Kartoffelsack, wenn ich es zumache. Guck. Also als Mantel, als Mantel ist jetzt auf jeden Fall ein Coolhaus. Als Mantel nehmen wir es. Ja. Als Kleid check ich es nicht. Aber, nö. Passt. Was haltet ihr von den einzelnen Kleidungsstücken? Habt ihr schon mal One Size probiert? Schreibt es mir in die Kommentare. Hier findet ihr noch mehr Videos. Und wenn ihr keins mehr verpassen wollt, dann würde es mich mega freuen, wenn ihr ein Abo da lassen würdet. Dann sehen wir uns nächsten Donnerstag um... 16 Uhr. 16 Uhr. 16 Uhr. Buss in weiba! Not eben.